Die Jungfrau Maria ruft zu einem Tag des Gebets und des Fastens auf, zur Vorbereitung auf die Warnung. Montag, 30. Januar 2012, 13 Uhr. Diese Botschaft wurde von Maria der göttlichen Barmherzigkeit erhalten, nachdem zwei getrennten Erscheinungen der Jungfrau Maria stattfanden eine, die um Mitternacht am 29. Januar 2012 stattfand, und die zweite, die um 13 Uhr, 14 Uhr Mess am Montag, dem 30. Januar 2012 stattfand, während welcher, letzterer, die jungfräuliche Mutter durchgehend sehr sorgenvoll zu sein schien. Mein Kind, obwohl mein Sohn jetzt kommt, um die ganze Welt mit seinen Strahlen der Barmherzigkeit zu bedecken, muss ich euch schweren Herzens sagen, dass viele Menschen während der Warnung sterben werden. Betet, betet, betet für ihre Seelen. Du, mein Kind, musst alle Anhänger dieser göttlichen Botschaften bitten, den morgigen Tag, Dienstag, den 31. Januar 2012, als einen besonderen Tag des Gebets zu reservieren. An diesem Tag müsst ihr den heiligsten Rosenkranz und den Barmherzigkeits-Rosenkranz beten. Wenn es möglich ist, sollte jeder während dieses Tages versuchen zu fasten. Auf diese Weise können mehr Seelen, besonders diejenigen, die sich zur Zeit ihres Todes in der Todsünde befinden, durch die Barmherzigkeit meines geliebten Sohnes Jesus Christus gerettet werden. Ich weine Tränen des Kummers um jene armen Menschen, die keine Ahnung haben, wie viel Schmerz und Leid ihre Sünden meinem Sohn verursachen. Die Freude über das Geschenk, das mein Sohn jetzt der Welt bringt, hat einen Beigeschmack von Traurigkeit wegen jener, die aufgrund ihrer eigenen Entscheidung nicht gerettet werden können. Die Lügen, welche von den dunklen Seelen überall auf der Welt hervorgebracht und sich ausbreiten werden, nachdem die Warnung stattgefunden hat, müssen durch eure Gebete aufgehalten werden. Betet, dass niemand die göttliche Barmherzigkeit meines Sohnes während oder nach der Warnung ablehnt. Denn jede Seele, die solchen Lügen verfällt, ist eine Seele, die vom Teufel in Besitz genommen wird. Verbreitet überall die Bekehrung, Kinder. Akzeptiert, dass ich die Mitterlöserin und Mittlerin bin, die eng mit meinem geliebten Sohn Jesus Christus zusammenarbeitet, um alle Seelen vor dem ewigen Ruin zu retten. Meine Liebe zu euch, Kinder, ist sehr stark. Ich flehe für jede Seele in jeder Sekunde des Tages um Barmherzigkeit, indem ich meinen Vater um Milde bitte. Aber, Kinder, ihr müsst helfen, indem ihr euch mit mir im Gebet und im Opfer vereint, um allen Kindern Gottes zu helfen, in die Tore des neuen Paradieses einzugehen. Eure himmlische Mutter. Mutter der Erlösung.